Nach dem Bachelorette-Finale wird der zweitplatzierte Adrian Alien als Sieger der Herzen gefeiert. Doch beim Wiedersehen fragten sich viele, liebt er Jennifer Saru noch immer? Sieger der Herzen – starker Abgang von Bachelorette Adrian im Finale Obwohl die meisten Zuschauer durch Vorab-Spoiler längst wussten, dass Finn Lukas Kunz, 25, die letzte Rose von Jennifer Saru, 27, bekommt, hätte das Finale nicht emotionaler verlaufen können. Dazu trug vor allem der zweitplatzierte Adrian Alien, 27, bei. Da er zuvor eher als Problemkandidat und sprunghafter Hitzkopf negativ aufgefallen war, überraschte er mit seiner Reaktion alle. Zwar vergoss er bittere Tränen, als er nicht die letzte Rose von Jenny bekam, fing sich aber sofort, nahm sie in den Arm und fand liebe Worte für die aufgelöste Bachelorette. Tust du mir aber einen Gefallen? Mach dein Ding so wie du es auch sonst immer tust. Werb die Frau, die du dir immer schon wünschst. Bleib für Keksi die wunderbarste Mutter jemals und ich hoffe, dass das mit Finn bis ans Lebensende hält. Ich will einfach nur, dass du glücklich bist, und wenn das der Weg ist, ist das so. Adrian Alien wird im Netz gefeiert. Er hat so unglaublich toll reagiert. Die Zuschauer feiern Adrian nun wie einen Gewinner, posten euphorische Kommentare bei Instagram. Etwa Das war sehr herzzerreißend gebrochenes Herz Adrian hat sehr respektvoll reagiert. Unfassbar starke Attitude. Viele schrieben, er ist noch ein Kind. Nein, Adrian hat mit seinen Abschiedsworten gezeigt, was für ein starker Mann mit Charakter ist. Keine Entscheidung hat mich jemals so emotional ergriffen wie diese. Mir kamen echt die Tränen. Et Adrian Alien, er hat so unglaublich toll reagiert. Für mich bleibt er mein Favorit der Staffel. Mein Herz ist etwas gebrochen. Adrian rührt Zuschauer beim Wiedersehen. Im Anschluss zeigt RTL am Mittwoch das Wiedersehen mit Frauke Ludowig, 59, wo Jenny und Finn verkünden, dass sie weiterhin ein glückliches Paar sind. Doch Adrian ist anzusehen, dass ihm das erste Treffen nach der letzten Rose nicht leicht fällt. Neben Finn auf dem Sofa kauernd, sieht er aus, als würde er jeden Moment in Tränen ausbrechen. Natürlich hakt Frauke nach, wie es Jenny gegangen sei, als sie im Finale dem Siegesgewissen Adrian einen Korb geben musste. Saru gibt zu, dass dies mit der schwerste Moment in der ganzen Staffel für mich gewesen sei. Alien gibt zu, dass er daran geglaubt habe, die letzte Rose zu bekommen, eben weil er so verliebt gewesen sei. Ich wollte es mir schönreden und manifestieren. Die Zuschauer reagieren mitfühlend. Als er meinte, er hat immer noch Gefühle, ist mein Herz etwas gebrochen lachendes Gesicht mit Träne, schreibt eine Userin auf Instagram. Adrian Alien traurig. Alles, was passiert ist, das vergisst man ja nicht. Angst vor einem Wiedersehen nach all den Wochen mit dem Abservierten habe die Bachelorette nicht gehabt. Denn, und jetzt kommt's, die beiden hatten nach dem Finale nochmal Kontakt. Natürlich wird Moderatorin Ludowig sofort hellhörig. Fragt. Also das heißt, ihr hattet danach nochmal Kontakt? Ihr hattet schon das Bedürfnis, die Situation nochmal aufzulösen? Nee, wie gilt die Influencerin ab? Also tatsächlich haben wir nicht über die Situation geredet, sonst grundsätzlich, wie es einem gerade geht. Adrian erklärt. Ich wollte einfach nur wissen, wie es Jenny geht, weil ich mag sie ja. Alles, was passiert ist, das vergisst man ja nicht. Auch wenn man ne Abfuhr bekommt. Ich bin ja nicht sauer auf sie. Ich wünsche es mir ja, dass es ihr gut geht. Und das wollte ich ihr einfach nochmal aus ihrem Mund hören. Liebt er Jenny noch immer. Klingt jedoch ganz so, als sei der Bürokaufmann aus Aachen noch nicht über die gescheiterte Liebe hinweg. Er tut mir leid, besorgter Smiley irgendwie ist er doch ne gute Seele und hatte sich glaube ich wirklich verliebt, kommentiert eine mitfühlende Zuschauerin. Tatsächlich steht Adrian im Kontrast zu Konkurrent David, der ebenfalls im Bachelorette Wiedersehen zu Gast ist, und während der Staffel immer wieder beteuert hatte, der einzige zu sein, der es mit Saru ernst meine. Erst disst er Adrian in einem Gedicht vor der Runde als Schauspieler, dann gesteht er freudestrahlend, dass er sich gleich nach seiner Rückkehr direkt in eine neue Frau verliebt habe. Wer wohl während der Staffel der wirkliche Schauspieler war? Und Adrian, der ließ sich nichts anmerken und postete bei Instagram nur positive Worte, schrieb, was für eine unfassbar geile Zeit bei der Bachelorette. Rose, ich bin so dankbar für die wundervollen Erinnerungen, die ich gemacht habe. Danke an alle, die mitgewirkt haben. Ihr seid alle so besonders und habt diese Reise zu etwas ganz Besonderem gemacht. Ein Danke auch an das Team. Ihr habt wirklich super Arbeit geleistet. Weißes Herz von Herzen Danke. Weißes Herz Rose Weißes Herz Weißes Herz